Du kennst Achillessehnen-Schmerzen. Wow, das ist wirklich mühsam und echt langwierig. Ich erkläre dir jetzt gleich, warum ganz kurz und dann zeige ich dir die zwei besten Übungen, um das endlich in den Griff zu bekommen. Aber zuerst würde ich dich bitten, kurz den Kanal zu abonnieren, weil dann verpasst du keine Videos mehr in Zukunft. Was ist das Problem bei der Achillessehne? Dort haben wir, so wie der Name schon sagt, eine Sehne. Das heißt, wir haben extrem schlecht durchblutetes Sehnenmaterial. Dort kommen wenig Sauerstoff hin, wenig Blut. Das heißt, diese Zellen, die da unter Schmerzen oder unter Verletzungen leiden, die brauchen sehr lange, bis sie wieder regenerieren können. Die Achillessehne bzw. die Zellen dort haben überhaupt eine Halbwertszeit von 100 Jahren. Das musst du dir mal vorstellen. Also, dass sich das alles wieder einmal runterneuert, das erleben wir leider nicht. Aber wir können etwas tun und das möchte ich dir zeigen, um diesen Schmerz zu verbessern bzw. wieder diese Spannung und diese Verklebungen, die sich auch in diesem Gewebe dann mit der Zeit befinden, zu lösen. Sagen wir, es ist die linke Seite betroffen. Du kommst an einen Tisch oder an ein Fensterbrett, wo du dich schön anhalten kannst. So, jetzt machst du einen großen Schritt mit dem betroffenen Bein nach hinten. Du solltest deinen Schmerz spüren, der sollte aber noch erträglich sein. Du kannst die Intensität wählen, indem du mit dem vorderen Knie weiter nach vorne kommst oder weiter nach hinten. Wähle sie so, dass du den Schmerz deutlich spürst, aber er noch für dich erträglich ist. Und dann bleibst du in dieser Position mindestens 30 Sekunden besser, eine Minute. Und nach einer gewissen Zeit, so nach 20, 30 Sekunden, wird es schon ein bisschen leichter, wird es schon ein bisschen besser. Du kannst noch ein bisschen tiefer reinkommen. Das machst du, indem du mit dem vorderen Knie noch mehr nach vorne kommst. Ganz entspannt atmen dazu. Gut, und jetzt drehst du mal den Fuß, den hinteren Fuß, so leicht nach innen, leicht nach innen drehen und schaust mal, ob du dort auch einen Schmerz oder eine starke Spannung spürst. Wenn ja, dann bleibst du in dieser Position. Wenn nein, drehst du den Fuß ein bisschen mehr nach außen. Jetzt haben wir einen anderen Winkel. Jetzt haben wir andere Fasern noch hier, die beteiligt sind. Dort, wo du es stärker spürst, dort bleibst du wieder. Du kannst mit dem vorderen Knie wieder nach vorne kommen, um es zu verstärken. Wenn es zu viel ist, einfach wieder rausgehen und bleiben. Gut. Du stellst den Fuß wieder gerade, beugst jetzt das hintere Knie und kommst jetzt in diese Dehnung. Auch jetzt spürst du es wahrscheinlich, vor allem wenn du dort ein Problem hast, ganz gut. Und wenn es zu intensiv ist, das vorderen Knie wieder zur Entlastung verwenden. Wenn du mehr Dehnung möchtest, tiefer hineingehen. Also das hintere Knie ist jetzt gebeugt. Bleibst in der Position. Entspannt atmen. Gut, auch hier kannst du dich dann mit dem Winkel spielen, ein bisschen nach innen bringen oder ein bisschen nach außen bringen, dort, wo es einfach mehr wehtut. Bleiben und auch hier dann für 30 Sekunden halten. Das sind die zwei besten Übungen bei Achillessehnenbeschwerben. Man braucht ein bisschen Geduld dafür, es ist wirklich ein langwieriger Prozess, bis das alles wieder in Schwung kommt, bis die Schmerzen zurückgehen, bis die Spannung dort weniger wird und sich das endgültig auflöst. Also, regelmäßig Übung machen, dann schaut es gut aus. Das sind die Spannung, dann schaut es gut aus.